Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Skalar 300. Skalar 300 zeigt herzgebirgische Schwibbögen. Sehr verbreitet sind im Erzgebirge die verschiedenartigsten Schwibbögen mit ihren unterschiedlichen Motiven, die in der Weihnachtszeit in den Stuben und Fenstern stehen und ihren hellen Lichterschein verbreiten. Sie vermitteln zauberhafte Eindrücke und Impressionen und ersetzen immer mehr die altherkömmliche Beleuchtung mit einfachen Kerzen in den Fenstern. Man könnte in der Weihnachtszeit stundenlang spazieren gehen, bei tiefverschneiter Landschaft im oberen Erzgebirge und die unzähligen dekorierten Fenster mit diesen Schwibbögen betrachten, wenn ab dem Nachmittag die Dunkelheit einsetzt. Drinnen in den Stuben ist es dann am gemütlichsten, wenn bei Kerzenschein und weihnachtlicher Musik sich die Pyramiden drehen und die Adventsterne dazu noch leuchten. Dann beginnt die ruhige besinnliche Weihnachtszeit, die ganz besondere Eindrücke und Impressionen vermittelt, wenn dann draußen ein kalter Wind weht und eine weiße Schneedecke die Landschaft ziert. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder einmal meinen Kanal besuchen würden und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ihr Scala 300 Schwellen Im 23 23 24 Untertitelung des ZDF, 2020